Papa, ich muss dir was sagen, ich habe gehört, in der Schule diejenigen, die kein Fleisch essen, sind schwach. Du zweifelst dann deine Stärke. Oder möchtest du wirklich Fleisch essen? Ich möchte Fleisch essen. Ich möchte dir etwas zeigen. Wie wäre es dann? Gerne, Papa. Hier? Kannst du sehen, ein paar Kühe. Du wolltest Fleisch essen? Ja. Um Fleisch essen zu können, muss man auch töten. Ich übergebe dir diese Verantwortung. Mein Sohn. Töten? Richtig. Töten. 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 Vielen Dank.